Alle zwei Jahre findet in der Engstadt von Braunschweig ein Burgerfrühstück statt. Am 2. Juni 2013 zum fünften Mal. Der Burgerbranche ist ein Benefiz-Picnic, bei dem jeder seine Speisen und Getränke selber mitbringen muss. Die Tische müssen gemietet werden. Der Erlös kommt der Stiftung zugute. Es wurden 1200 Tische aufgestellt und vermieden. Mit dem Geld werden bedeutende Projekte in der Stadt gefördert. Wie Bildung und Erziehung, Sport und Gesundheit und Natur- und Umweltschutz und weitere Projekte. Die Bürgerstiftung ist gemeinnützig und unabhängig. Die Bürgerstiftung ist ziemlich einmalig in Deutschland und zeigt den Bürgersinn der Menschen dieser Stadt. Die Bürgerstiftung ist beschädige Frank Gatosruz. Die Bürgersteigende und от drei Jahren nicht getichten. Die Bürgerstiftung ist schließlich MOIA- und Macht Charakter. Da play an der nowen Verkammung, die Bürgerstiftung konquinho ist passiert erstell. Die Bürgersteigende von 2020 wird befestigt aus.